Ich übernehme die Pedale, du lenkst und schaltest, wenn ich die Kupplung trete, ja? Du brauchst nicht aufgeregt zu sein. Ich werde dir schon sagen, wenn ich die Kupplung trete, ja? Aha. Du hast wirklich Pedale? Ja, gell? Interessant. Na, guck mal, wenn ich die Bremse trete, dann bewegt sich deine Bremse auch. Und für was braucht man's? Ich schaffe jetzt auch besoffen, drei Pedale zu unterscheiden. Humor hast du. So, ich fahr jetzt los und du lenkst. Ja, bitte beachte den Bordchen und die ganzen Linien. Blick auf die Straße jetzt, ja? Ich fahr jetzt los. So, schalt in den zweiten Gang. Ich kann das nicht. Schon gut, ich kann übernehmen. Das ist normal am Anfang. Ja, man ist etwas unsicher und der eine oder andere braucht halt etwas länger. So, das langt mir jetzt. Ich zeig dir jetzt, wie ein Launch Control mit Handschalter funktioniert. Nein, was wird das jetzt? Nein, 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 nein. Meld mich morgen zur Prüfung an oder ich zeig dir, wie man bergab 100 kmh fährt und das rückwärts. Schon gut, mach ich. Bitte fahr normal.